Hallo, ich bin Emoji und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered. Wir sind tatsächlich aus dem Hauptquartier der Hunter entkommen und konnten jetzt Richtung eines Hotels flüchten, das, welche Überraschung, voll mit Huntern ist. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir nach Möglichkeit nicht entdeckt werden. Das heißt, wir dann mal versuchen, eine nach dem anderen niederzuringen. Was halt leichter gesagt als getan ist. Definitiv. Sogar da ist einer vorbeigelaufen. Okay, der war wohl doch einen Gang weiter. Gut. Kann mir nur recht sein. So, let's see. Oh, da geht einer. Na komm, geh weiter. Sehr schön. Ich schnapp mich mir, Freundchen. Und, da geht er down. Perfekt. So. Das war mal der Erste. That's nice. Was gibt's da Gutes? Wieder so einen Lappen. Sehr schön. Renn da draußen einer rum? Nö. Gut. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Was gibt's da drin? Da drin gibt's doch was. Da muss es was geben. Wenn da schon Smiley außen an der Wand angemalt ist, dann gibt's hier drin definitiv was. Da bin ich mir mal hundertprozentig sicher. Are you fucking kidding me? Der Smiley hat mich irre gefühlt. Ach, da oben geht's dann lang. Hm. Interessant. Noch? Oh. Oh shit. Kommt der jetzt her? Der kommt her. Shit. Oh oh. Und jetzt aber schnell down. Los. Los. Puh. Jeez. Das war mir etwas zu knapp. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Komm. Geh weiter. Das wird's weitergehen. Sehr schön. Jetzt geht er weiter. Und zack. Der letzte hier unten. Hoffe ich. Hoffe ich sehr. Hoffe ich wirklich sehr. Hey, ihr habt Munition. Jawohl. Na, endlich mal wieder etwas Munition. Sehr schön. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Schauen wir uns hier noch etwas um. Gibt es hier was? Außer ein tropfendes Rohr. Sieht nicht so aus. Geht da einer? Nö. Okay. Okay. Wo ist denn der Aufwand, durch den ich da hochgekommen wäre? Okay. Das ist der Treppenaufgang wieder. Das ist der Treppenaufgang. Das ist der Treppenaufgang, Freundchen. Sehr schön. Puh. Das war mir fast etwas zu knapp. So. Was macht denn diese Geräusche auf das Wasser-Ding-Siedung? Okay. Wo ist der Nächste? Ich sehe gerade keinen mehr. Wo ist der noch? Der ist woanders. Gut. Sehr gut. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ich höre es auch. Okay. Irgendwo ist wohl einer. Den habe ich echt nicht gesehen. Fuck. Fuck, Alter. Und man richtig Schweinkopf. Also, wirklich richtig. Dass es auch keiner gehört hat. Da hatte ich immer mehr Glück, wie verstanden ist, dass das keiner gehört hat. So, wo seid ihr? Da drin ist einer und steht schmiere, so wie es aussieht. Okay. Okay. Den versuche ich mir jetzt zu holen. Und, jawohl. Jetzt kommt er mir nicht mehr aus. Sehr schön. Down. Perfekt. Perfekt. extra mit Klopapier. Kann man immer brauchen. Das nimmt er aber nicht mit. Verstehe ich nicht. Ich würde mir da auf jeden Fall Klopapier mitnehmen. Na, komm ey. Geh woanders hin. Da bleibst du da stehen. Wenn du da stehen lässt, habe ich auch kein Problem damit. Gut. Wer schaut Fernseher? Auch wenn der Fernseher nicht an ist. Scheint ihn nicht sonderlich zu stören. Na, braunhaft. Oh, oh. Ja, komm her. Und, jawohl. Jetzt haben wir ihn auch noch erwischt. Traumhaft. Oh, tsch. Alter, wo kommen wir auf einmal alle her? Oh, pisse. Alter. Alter. Okay. What? Wo kommen Sie denn hier? Pisse. Nice. Holy fuck. Und. Session. Session. Ja, der hat einen Mottosoff-Cocktail, holy shit! Alter. Und sie bringt ihm nichts gegen den überwältigenden Joel. Okay, ich nehme mal die da mit. Die ist noch voll im Takt. Was kannst du laut sagen? Das glaube ich auf jeden Fall. Ah ja, hier wäre ich tatsächlich hochgekommen, wenn ich den anderen Weg da genommen hätte. Alles klar, alles klar. Okay, nein, das will ich behalten. Gibt es hier noch irgendwas? Hm, nö. Gar nix. Überhaupt nix. Na dann. Ist über mir noch jemand? Ich befürchte, ja. Ich befürchte sehr, dass da noch mindestens einer rumrennt. So. Dann. Mach mal auf. Ja. 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 Er schafft. Nice. Wo bist du? Okay. Da ist die Kleine. Ha. Ich mag das nicht. Gute Idee. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt nur noch hinkommen. Was war eigentlich das mit dem Husten vorhin? Ich habe alles abgesucht, aber da war nichts oder niemand mehr. So, und jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Ich hätte sehr... Ich wäre etwas vorsichtiger runtergesprungen. Du findest mir etwas zu schlafen. Okay. Wir gehen. Der rauscht doch mit dem Fahrstuhl nach unten, oder? Ernsthaft. Jetzt hätte ich fast gesagt, ich habe es gesagt, aber... ... naja, ich habe es gesagt. Joel? Joel? Ich bin weg! Bist du okay? Nein! Du hast mich verdammt. Wollen wir weg nach unten? Wollen wir auf oben gehen, okay? Nein! Bleib da draußen. Ich mache meinen Weg nach dir. Geh, du wunderschön. Ich versuche es. Habe ich je irgendwas Dummes getan? Ich glaube nicht. Wo ist denn jetzt? Oh oh. Was war das? Das klang nicht gut. Das klang gar nicht gut. Hey, watch out. Okay. Na dann. Oh, halt. So. 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 eine drüber wenn er sich dann mal richtig blicken lassen sollte oh scheiße hell es hat ja wohl wo bist du denn her gekommen du bist du ich werde ich durch und gnadenstoß holy fuck was das ich höre auf jeden fall gerade nichts mehr so dann schmeiße ich einfach den generator da an und ein letztes mal das haben sie alle gehört aber keine so gute idee mich aufmerksam zu machen son of a bitch bist du auf so ein kleiner süßer schon wieder fuck alter ich weiß nicht ob ich den generator anmachen sollte tatsächlich ich glaube ich lasse ihn aus die erfahrung gerade hat mir gereicht definitiv ich habe mich auch nicht meine scheiß licht anzumachen und der generator bleibt dieses mal definitiv aus das von gerade müssen wir nicht wiederholen was gibt es hier eine flasche reine karte hotel keycard die hilft mir bestimmt noch die hilft mir ganz bestimmt noch auch da geht es ja noch weiter noch wenigstens ein bisschen was gefunden immerhin so der generator wahrscheinlich hier ist licht angemacht ob mir das dann tatsächlich was gebracht hätte ich glaube nicht ich glaube wirklich nicht und ich möchte diesmal eigentlich auch nicht meine munition auf das fichter verschwenden wenn ich ehrlich bin damit komme ich hier durch mit der karte komm benutze deine karte na los jetzt ach so dafür muss ich den generator anmachen ach nö ich lauf dann einfach so schnell mich die beinchen tragen komm schon benutze deine karte und durch da durch da komm lauf holy fucking shit alter komm verbinde dich mal schnell naja wobei ist hier noch irgendwer oder irgendwas naja ist nix da ah munition jawohl lad nach dann kann ich die mal wieder etwas benutzen bisschen aufgemotzt ein, zwei Waffen kleiner Lagerraum sehr schön da finden wir wieder eine neue Sache das gefällt mir ja ich würde sagen wir beenden diese Folge hier nach Alice suchen wir dann das nächste Mal ich hoffe es hat euch gefallen lasst auf jeden Fall einen Kommentar da gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder also bis bald